Das macht Spass! Woohoo! Gaming Börse Bern am Samstag 4. Juni vom halben 10 Uhr bis am 5 Uhr. Voll den Brüller! Such Spiele oder Geräte. Es gibt alles rund um Games. Software, Hardware, Merchandise, Sammlabjekte, Zubehör, Retro und Neue. Mit dabei Playstation 1-4, PSP Vita, Xbox On 360, Nintendo, in verschiedenen Varianten, Atari, Neo Geo, Dreamcast, Saturn PC und so weiter. Falten Treffer! Hier gibt es alles, was dein Gaming Herz höher lässt lassen. Oder kurz gesagt, alles was der Gamer braucht. Mehr Infos findest du unter www.gamingbörse.ch Nicht verpassen! Gaming Börse am 4. Juni im Eventforum Bern. Das ist so nice!